Lufthansa Crew Lufthansa Crew Sauerstoff der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Werden dürfen, können Sie im Lufthansa Magazin nachlesen. Schalten Sie jetzt bitte alle elektronischen Geräte ab und nehmen Sie sie erst wieder in Betrieb, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Lesen Sie bitte die Hinweise auf der Sicherheitsinstruktion und im Lufthansa Magazin, die Sie in Ihrem Sitzbereich finden sehen in Halterung. Und stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht. If you stow any luggage in the overhead compartment, please ensure that it cannot fall out. Was sind die Kurte? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020